Caroline Ball und Ehemann Philipp Sattler haben sich nach neun gemeinsamen Jahren getrennt. Jetzt wird über den Grund für das Liebesaus spekuliert. Caroline Ball bestätigte erst vor kurzem die Trennung von ihrem Mann Philipp Sattler, jetzt soll der Grund für das Liebesaus bekannt sein. Caroline Ball bestätigt das Liebesaus, zum Raffaello Samadé, den sie sonst immer mit ihrem Mann besuchte, kam Caroline in diesem Jahr alleine. Punkt die Antwort ist, dass wir uns tatsächlich getrennt haben, sagte sie gegenüber RTL. Punkt ihr gehe es aber trotzdem sehr, sehr gut. Und der Bild-Zeitung erzählte sie, dass sie gerade das erste Mal alleine im Urlaub war und ihr Leben genießt. Punkt auf die Frage, wie sich das anfühle, sagte sie nur, manchmal ist es besser ohne Mann. Mehr sage ich nicht. Ein kleiner Seitenhieb in Richtung ihres Ex-Partners? Über den Trennungsgrund sprach Caroline Ball bisher nicht. Es wurde jedoch vermutet, dass die Fernehe schuld an dem Liebesaus ist. Als Facharzt pendelte Sattler zwischen Berlin und seiner Arbeit im nordrhein-westfälischen Mall. Auf Dauer wohl keine richtige Lösung. Eine Freundin sagte jetzt gegenüber der Bild, die beiden hatten am Ende zu unterschiedliche Lebensvorstellungen. Ob bald auch die Scheidung folgt, ist nicht bekannt. Philipp Sattler soll sich von ihr getrennt haben, angeblich war es Philipp Sattler, der sich schon im letzten Jahr vor dem Sommer von Caroline Ball trennte. Die gemeinsame Tochter Ava soll weiter bei Caroline Ball in Kleinmach nur bei Berlin leben. Neun Jahre lang waren Caroline Ball und Philipp Sattler offiziell ein Paar. Sie lernten sich 2014 kennen und lieben. Punkt der Altersunterschied von 16 Jahren machte beiden nichts aus. Im Juni 2017 wurden sie Eltern der gemeinsamen Tochter Ava. Punkt Caroline Ball sorgte damals für Schlagzeilen, weil sie mit 50 Jahren noch einmal schwanger wurde. Punkt Im September 2018 heirateten Ball und Sattler dann in Schottland. Doch 2023 löschte die Moderatorin und Schauspielerin dann plötzlich alle gemeinsamen Fotos auf ihrem Instagram-Profil. Ob Caroline Ball schon wieder bereit für einen neuen Mann ist? Es hängt davon ab, wem man so begegnet. Ich schaue mich um.